ne weg, oh nein, ich bin der Behandlungsbereich, Larrys Gedenkinstitut Gedenkinstitut Helmut Kurs, Gedenkinstitut Ah, hier sind wir alle zusammen, diesmal Ich folge dir Nice Ich kann riechen, wo du hinscheißt Wo ist hier ein Ventilator hin? Ich höre einen Summen Ja, kann sehr Die ist an mir vorbei, Ind Und jetzt sind wir getrennt, weil du, Sack, nicht wartest Hat sie dich? Ne, Streifschuss Ich war ein Streifschuss Ein Schuss Wenn die da mit der Pump dann hinterher Dann war ich entkommen Entkommen Nein, jetzt gehe ich wieder in den Keller, älter Bin ich denn bescheuert, oder was? Nein, nein Wegen deinen Scheißgequatsche können, kann ich mich nicht Lass mich gehen Lass mich gehen Ne, lass mich gehen Ne, lass mich verrecken Ne, lass mich gehen Ne, ich komme Ne, ich komme Ich komme Ich komme ja schon Armhängig Oh, die sind Oh, die sind Die sind Ein Meter neben mir vorbeilaufen Als ob die blind ist Wo bist denn du? Er ist ja auch mit der Maske Im Keller Bist du frei? Ne, im Haken Ach, da unten Jetzt sehe ich es erst Du hast ja genau unter mir Sehr schön Danke Anke Warte, ich heile mit Das warst du ja gar nicht Ne, aber ich war auch immer näher Der ist wie eine Schwester Genau Doppelpenetration 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 Zu dritt sollte es schneller gehen Wenn keiner hier missbaut Ja Boah, ich hab gar keine Haus Nein Ja, was frag ich denn da auch Was machst du da eigentlich? Du sollst das reparieren? Und nicht demolieren? Und nicht demolieren, nun Knechen Ist der dritte noch da? Ich sehe das gar nicht von hier Nein Was machst du denn da? Ja, wegen dir Was? Eine Zigarette hat mir im Auge, Auge gebrannt hier Das ist ja eine feige Tossi Er war abgehauen Hat sich nicht getraut Andreas Was? Was? Komm, 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 komm Komm, 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 komm Es kommt, komm, komm Komm, 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 keiner Es ist mir gar nichts zuerst durch Detekt ohne ein dagegen und nicht schlecht schlampe bei ihm entkommen ich bin so ist nur so weil ich wegkriege jetzt nimmt die mich das ist aber nicht aus irgendwie ich weiß nicht schrei doch nicht so laut ist noch in der nähe tatsächlich was machst du da eigentlich falschen sind soll ich einen fluchtversuch riskieren ne da kommt hat jemand sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön ne das ist hier eine falle bist du tot? ja zuschauen scheiße der klassiker hier in uns und sanatorium oder sowas klaus wenigsten ja wenigstens ich sehe hier keinerlei gerätschaft nach da hinten ne nein jetzt kommt die auch noch genau aus die richtung wo ich nicht hingucke das ist auch gut willst du gleich mal zu dir oder was? ne lässt mich als köder rumliegen die leute sind ganz schön hart im nehmen wir haben mit der axt geschlagen lassen sich aufspießen und leben dann immer noch weiter ah ich werde gerade geheilt sehr schön wieder vereint ja heil doch mal ordentlich du Schlampe naja wisst ich nie keine Lust mehr jetzt in den Schrank lege auch in den Schrank rein ja wie denn wenn ich hier rumkrieche und liege wie so ein Niveau und krieche im Schrank was macht sie denn da? Luftschatten Technik? sag mal kriegt die das nochmal hin da? was macht die da? ist die total behimmert? kill sie dich gleich oder was? ohhh kein Wunder ich sollte mal die Brille abnehmen da muss mal schreien nimm mal die Brille ab ja Antony misshandelt mich hier und jetzt so begrapscht sie sich von hinten die Drecksau sehr schön hat die mich gesehen? ne ah ist die bescheuert Mann Rabau ab Penner geh weg ach so hier ist ja noch ein Gerät ja nein das hast du toll gemacht Oli ja das ist schön die macht wer ist denn Oli keine Ahnung das ist mein Spitzname für dich ach so ja mach doch noch mehr kaputt ihr dämlichen Vollidioten die ist hinter dir ja ich seh ich seh du darfst nicht so laut sein sagst du schmeißt was? ist das hier wahrscheinlich irgendwo was? was? ne sie sehen immer schön im Kreis das sind ja nicht gar nicht tolle KI KI? künstliche Intelligenz das ist ein menschlicher Spieler du Vollpfosten ach so ach so ach ja ach so ach ja ach stimmt ja ne der im Killer hat ja ein Ego Sichtfeld ist ja nicht Third Person daher ist seine Sicht ja ein bisschen eingeschränkt da egoistischer ja kann man sich sowas erlauben äh wo ist denn hier ach da na ja reparieren 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 siehst du das aus meiner Sicht? auch diese Quicktime Events ja ne wie willst du das anders nennen keine Ahnung Quicktime ist auf jeden Fall nein toll wie deine scheiße quatsche hier halt die Fresse wir verstehen uns in den Schrank ne die ist ja nicht mal in der Nähe man die Dinger dauern ewig ey siehst du die Zylinder die dahin und her vibrieren? ja ich meine Hose aufmache sieht das auch so aus mhm kannst du ja drauf sitzen ja sollte ich vielleicht machen was ich hier nicht bekommen ist das Haunt-Effekt der dann kommt achso ok komm schon baby burn baby burn baby burn 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 jetzt kommt sie langsam glaub ich jetzt ist ja immer so kurz bevor man fertig ist dann kommt sie immer ja hehehe 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 Mann Raben verpisst euch ja man nice oh Gott ist nur eine nur noch eine nur noch eine Nö und drei sind noch am Leben nice jetzt ist die Frage ich bin ja wieder mega Spitzenreiter hier häh jetzt ist die Frage wo ist der dritte äh der letzte siehst du auch wie ich gucke so ja ok ich kann doch nicht nur wo du hinguckst achso das hier die duschen ja ich höre was rechts ne da hinten da hinten da kommt sie naja durfte mich aber nicht direkt sehen wie gesagt die hat ja eine andere Sichtfeld ne ah die wird nicht blöd sein die wird hier in der Nähe bleiben aber ich muss es machen aber sie ist doch blöd ja war ich in der Nähe komm her komm her komm her komm her ich will dich heilen du und ich lauf die genau in die Fresse rein wie wir kackt er hehehe hehehe ne se das musste die können schnelleren näher weil wenn ich verletzt bin laufe ich langsamer eigentlich schneller direkt nicht ich habe doch gedrückt wie schnell soll ich hier drücken hier die Maschinen dann Fitchy Fingerman oder was Michel Michelin Fitchy Tja heute ihr seht irgendwie James Repariert die Kiste gut wie uns die Maschine guckt mal noch zu schafft das sind andere oh Alter du musst dir schon wieder wegrennen auf wem guckst du gerade James dann gucke ich mal beim anderen der repariert gerade der hat sogar einen Schlüssel mit bei ja und kommentieren wir mal ein bisschen James ist im Schrank und geht wieder raus ach da ist er mit der Brille hier okay na der hat es ja mit dem Schränken da und siehst du bei den anderen immer auf den anderen was der rechts dafür Perps drin hat ja Stufe 3 Stufe 3 ist schon krass alles verletzt James repariert kommt lass unsere Tode nicht umsonst gewesen sein ja mal was schwer wenn man verfolgt wird schnell sein will aber eigentlich langsam laufen müsste weil man sonst gehört wird ah komm hau rein was macht der andere oh der Gegner ist bei ihm Epic Gaming Moment Repariert die Kiste ich bin daneben gehauen oh Gott wie läuft der denn er schafft es er schafft es los der andere Generator ist gleich repariert ah jetzt liegt er im Dreck rum na nice Ausgang so jetzt jetzt muss der jetzt muss der nur noch den Schalter beim Ausgang umlegen und dann raus hier zwei Ausgänge gibt es ich hoffe dass er es schafft sie besser gesagt meine Zwillingsschwester das ist die spannendste Zeit wenn du den Hebel umschaltest und die Zeit die dann läuft das dauert auch noch lange ja jetzt das ist die spannendste scheiß Zeit Spannung erwartet uns sieht aber gut aus ja sie kommt aber sie kommt aber sehr schön komm 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 mach auf ja bam ja jetzt verarschen die die meisten noch ein bisschen los komm geh raus Mädel ich würde so lachen wenn die jetzt abkratzt na die will den noch so ein bisschen verarschen ein bisschen verhöhnen obwohl es eigentlich Blödsinn ist oder den anderen retten das kann auch sein gibt es ja so ne Leute die rennen nicht gleich raus sie wollen noch was retten und verkacken dann ich wäre gleich raus gerannt ja aber was macht der denn da wo ist wer dich wer dich kleiner Rabe ausgang öffnen na öffne den doch der war doch fast offen ist er auch beim ausgang achso was macht der ja sehr schön komm raus 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 ok er ist draußen das hier auch huuuu nice haben wir trotzdem noch zumindest zum sie beigetragen immer schön Fleisch gesammelt schön Zivilfleisch hier ich habe hier 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 GASP